Willkommen zurück Abiturleden zu diesem Video. Wir werden heute mal auf das klassische Intro verzichten, weil das definitiv auch kein klassisches Video ist, denn ich möchte euch heute einfach mal was mitteilen, denn mir ist es sehr wichtig immer auch in einem ehrlichen Austausch mit euch zu sein, dass ihr auch einfach wisst, was bei mir los ist, wie auch meine eigene Entwicklung verläuft und dafür möchte ich dieses Video nutzen, denn in allen anderen Videos ist es ja, sage ich mal, sehr unpersönlich oder meistens sehr unpersönlich. Es geht ja um die Inhalte und Tipps und Informationen, die ich euch weitergebe, aber es geht nicht meistens schon um euch, aber ganz selten auch um mich und was mir einfach immer super wichtig ist und was für mich persönlich auch in den letzten Wochen und Monaten ein wenig hier auch auf YouTube verloren gegangen ist, ist einfach dieser persönliche Austausch mit euch. Das ist auch der Grund, warum wir in den letzten zwei Wochen auch gehäuft Livestreams gemacht haben, weil das einfach für mich der beste Weg ist, mit euch wieder in Kontakt zu treten. Und ich glaube, ich möchte mit euch über eine Sache oder mehrere Dinge, die damit zusammenhängen, sprechen und zwar einfach meine persönliche Entwicklung und eben auch diese Thematik, dass ich das Gefühl habe, in den letzten Wochen und Monaten ein wenig, vor allem mit der Community auf YouTube, den Kontakt verloren zu haben. Und das ist einfach darin begründet, dass wir natürlich unser Traumabitur-Coaching in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ganz 2019 schon jetzt sehr, sehr intensiv vorbereitet haben, sehr stark ausgearbeitet haben, unsere Teilnehmer extrem intensiv betreuen und dann ist es natürlich so, dass man irgendwo Abstriche machen muss. Und natürlich kamen weiter die Videos, ja, weil das ist mir einfach extrem wichtig, aber ihr habt es gemerkt, ich habe teils Kommentare nicht mehr beantwortet, konnte teils manche sogar nicht lesen, also ich habe fast alle gelesen, also 95%, aber selbst manche konnte die Kommentare nicht mehr lesen und das war auch kein schönes Gefühl für mich, bin ich auch ganz ehrlich mit euch, weil ich glaube schon, dass eine Sache, die mich auch immer ausgemacht hat, war, dass es mir auch wirklich wichtig war, euch zu verstehen. Ich bin niemand, der sagt, dass ich unbedingt so super vielen Menschen helfen möchte oder so, das entwickelt sich zwar auch immer stärker für mich, aber was mir immer wirklich wichtig war, war, euch zu verstehen und auch das Gefühl zu haben, in Kontakt mit euch zu sein und einfach eine Form von Austausch zu haben. Ja, das ist nicht nur ein, ich spreche hier in die Kamera und jeder zieht sich das dann rein und dann am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder und am nächsten Tag wieder, sondern dass es einfach, dass es einfach Gefühl dabei ist. Ja, das ist mir einfach super, super wichtig und das ist in den letzten Wochen und Monaten einfach weniger geworden, weil ich natürlich hatte mein Studium, ganz klar meine Prüfung gestanden an, aber wie gesagt hauptsächlich das Traumabiturcoaching, was extrem viel Aufwand war und deswegen bin ich auch ganz ehrlich mit euch, ich würde es jederzeit auch wieder so machen, weil natürlich hat man nur 24 Stunden und dann muss man halt gucken, worauf man seine Kraft fokussiert und um ein Coaching-Programm aufzubauen, was wirklich funktioniert und für einfach nahezu jeden Teilnehmer, der dort angenommen wird, richtig gutes Ergebnis zu schaffen, ist einfach nicht einfach. Ja, und deswegen war es noch so, ich denke, ihr habt es gemerkt, ich habe extrem viele Videos vorproduziert, ich habe einmal an drei Tagen 35 Videos aufgenommen, das müsst ihr euch mal geben, weil ich einfach, weil es mir immer super wichtig ist, dass wir jeden Tag ein Video machen, weil ich euch das versprochen habe und versteht da jetzt auch nicht falsch, weil ich sehe schon die Kommentare, oh du musst ja nicht jeden Tag ein Video machen, doch ich möchte jeden Tag ein Video machen, weil es so viele Dinge gibt, die ich euch mitgeben kann und möchte, die für euch einfach super entscheidend sind. Die Sache, an der ich jetzt in Zukunft, das wird auch noch ein bisschen dauern, damit ich auch ehrlich mit euch, aber die Sache, an der ich einfach in Zukunft noch ein bisschen mehr arbeiten möchte, ist die Videos noch mehr auszubauen, also noch ein bisschen mehr vorzubereiten, noch ein bisschen detaillierter zu machen, vielleicht auch visuell schöner zu gestalten, da muss ich schauen, weil die nächsten Monate sind für mich auch sehr, sehr unklar, ja, da werden viele verschiedene Dinge passieren und da ist ein gewisses Level zu halten an visuellem Auftritt immer nicht so einfach. Aber der Kern, der glaube ich auch meine Entwicklung, vor allem in 2019, auch auf den Punkt trifft und der glaube ich auch dafür sorgt, dass ihr ganz, ganz stark versteht, worüber ich sprechen möchte und was ich auch meine, ist, dass in 2018 waren wir eine richtig geile Community und einige Videos sind damals, auch jetzt, wie jetzt eben vor einem Jahr, um die Abi-Zeit herum extrem explodiert, jeder fünfte Abiturient, der 2018 sein Abitur gemacht hat, hat Videos für uns zur Vorbereitung genutzt, also wirklich echt eine schöne Geschichte und das hat mir damals unglaublich viel bedeutet, weil ich davor, ja, noch überhaupt, ich weiß nicht, ich hatte vielleicht 300 Abonnenten auf YouTube, ja, und dann ging es eben wirklich los, es wurde wirklich groß und das hat mir natürlich super viel auch gegeben, die ganzen Nachrichten zu lesen, wir konnten so vielen Leuten helfen, es war einfach so ein schönes Gefühl für mich und am Ende raus, dann in 2018, habe ich einfach eine Sache gemerkt und zwar, dass es für mich an der Zeit ist, mich auf ein nächstes Level zu heben und zwar eben nicht mehr nur zu sagen, okay, ich bin dieser Typ, der Videos macht, ja, also ich bin nicht mehr nur YouTuber, sondern ich möchte wirklich Coach sein, das kam, ich weiß nicht, woher das kam, aber es war auf einmal ein extrem tiefes Bedürfnis in mir, wirklich zu sagen, das ist nicht mehr was, boah, da mache ich mal ein paar Videos, sondern das ist wirklich was tiefes, ernstes, das ist auch mein Beruf, damit verdiene ich auch Geld, da stecke ich extrem viel Zeit rein, ich mache das sehr professionell, mir war das einfach sehr wichtig und ich bin jetzt sehr stolz, dass es mittlerweile der Fall ist, mir war es einfach extrem wichtig, dass ich für mich sagen kann, das ist wirklich eine ernsthafte, tiefe, sehr gute Sache, die ich mache, wisst ihr, ich weiß nicht, ob ihr euch da reinversetzen könnt, aber natürlich ist es schön, wenn man YouTube-Views macht, die gut ankommen, ja, und das war im 2018 für mich erstmal sehr wichtig, überhaupt an diesen Punkt zu kommen, aber nach einer gewissen Zeit ist es auf YouTube dann, also YouTube hat trotzdem diesen Beigeschmack von, ganz böse formuliert, Kindergarten, versteht ihr, was ich meine? Es sind trotzdem nur Videos und ich weiß ja auch für mich selbst, dass die Videos sehr gut sind und extrem vielen Leuten geholfen haben und auch jeden Tag um noch tausenden von euch helfen, aber trotzdem ist es nur ein Video, und es ist noch kein wirklich Personalized Coaching beispielsweise oder es ist auch noch kein richtiger Beruf, ja, man, auch wenn das immer wieder kursiert, man verdient mit YouTube kein Geld, also man kann natürlich Werbung anmachen, aber erstens kommt da nicht so viel bei rum, man kriegt, kann ich euch gerne ein paar Einblicke geben, für 1000 Klicks vielleicht 1 Euro, 2 Euro vielleicht, je nachdem, welchem Bereich man sich befindet und vor allem, und ich meine, ich habe noch nie irgendein Video von mir monetarisiert, ja, also, keine Ahnung, das war auch für mich nie so das Ding, ich habe auch YouTube nie angefangen, weil ich dachte, boah, dann kann ich Geld verdienen oder so, weil so habe ich YouTube nie gesehen, YouTube war für mich immer eine Sache, wo ich mit meiner Message viele Leute erreichen konnte und dass das in 2018 so gut aufgegangen ist, hat mich unglaublich gefreut und jetzt war für mich eben, und den Schritt haben wir jetzt eben auch vollzogen, war für mich einfach der nächste Schritt, wirklich auch zu sagen, wie kann ich denn wirklich in der Tiefe was bewegen, weil in der Breite und in der Masse haben wir das ja schon getan, ja, wenn du 20% aller Abiturienten eines Jahrgangs erreichst, das ist viel, das ist einfach viel, ich meine, mittlerweile wurden unsere Videos bald 2 Millionen mal aufgerufen, das ist einfach much, nur ist es für mich, und das geht ja auch weiter, ja, der YouTube-Kanal geht ja auch weiter, nur war es für mich dann eben ganz, ganz wichtig, eben auch das Traumabitur-Coaching, unser Coaching-Programm zu etablieren, weil ich wusste, dadurch bin oder werde und jetzt bin ich ein richtiger Coach. Ich bin tagtäglich, nicht oberflächlich in Form von irgendwelchen Videoskripten oder so, die ich schreibe, sondern mich in der Tiefe damit beschäftigt, was sind die Probleme von Oberstufenschülern und wie kann ich sie wirklich nachhaltig lösen. Versteht ihr, ich kann bei einem Video, kann ich 5 smarte Tipps in die Kamera sagen und ich weiß ja auch, dass es funktioniert, weil ich sie ja auch entweder angewendet habe oder immer noch anwende und ich kriege ja auch euer Feedback, aber trotzdem ist da, ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber das ist einfach ein gewisser Disconnect. Wisst ihr, was ich meine? Also eine extreme Zeitverzögerung. In dem Moment, wo ich eine Person persönlich coache und auch über einen längeren Zeitraum betreue, in dem Moment merke ich einfach, okay, die Person hat genau dieses Problem, ich habe genau die Sache gesagt, was ist dann morgen mit ihr, was ist übermorgen mit ihr, was ist einer Woche, was ist nach zwei Wochen, was ist nach vier Wochen. Ja, das heißt, man hat eine viel tiefere Verbindung auch, ja. Und meine Ambition ist mittlerweile einfach nicht mehr, auf YouTube irgendwie famed zu werden und möglichst viele Abos zu bekommen und so weiter. Das gibt mir einfach überhaupt nichts mehr, sondern mein Ziel ist einfach die Sache, die wir hier machen und die extrem erfolgreich gestartet ist, die jetzt sehr, sehr professionell zu machen. Das werdet ihr, wie gesagt, noch nicht jetzt, weil es jetzt noch nicht allerhöchste Prio ist, aber auch, ich denke so, ich kann das schwer einschätzen, aber ich würde mal sagen, ab in zwei bis drei Monaten, also vor allem auch für diejenigen, die jetzt in 2020, 2021, 22, 23, vielleicht sogar ihr Abitur machen, ihr werdet das sehr, sehr stark merken. Ich möchte einfach den YouTube-Kanal extrem professionell gestalten, noch professioneller. Und das hat nämlich zum Beispiel auch damit zu tun, dass ich bis vor, ja, bis eigentlich so, bis zum Jahreswechsel, bis zum vergangenen Jahreswechsel, war ich immer in einer extrem starken Hustle-Mentalität. Wisst ihr, was ich meine? Ich habe Gas geben, so, und dann schaffst du noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr. Wenn ihr wüsstet, wie heftig ich auch für diese ganzen Videos gehustelt habe und was weiß ich, ich habe immer mich selbst gepusht und gepusht und mehr, 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 mehr. Und ich merke für mich selbst mittlerweile einfach, dass mir das nichts mehr gibt. Ich habe mir selbst bewiesen, dass ich jeden Tag komplett durcharbeiten kann. Ich habe mir selbst bewiesen, dass man, wenn man es durchzieht, auch auf YouTube schnell viele Abonnenten bekommen kann. Ich habe es mir selbst bewiesen, dass meine Tipps was bringen, was weiß ich alles, ja. Das heißt, am Anfang ganz, ganz viel, was man sich selbst einfach beweisen muss, ja. Und da merke ich einfach, dass ich das jetzt schon extrem gut abgeschlossen habe. Sicherlich ist man damit nirgends nie irgendwie fertig, ja. Und auch der nächste Schritt ist vielleicht auch nur eine größere Form davon. Aber mir persönlich, ich muss da in diesen äußeren Dingen, wisst ihr, in diesen Zahlen, Abos, Aufrufen, was auch immer. Da schaue ich mittlerweile nicht mal mehr drauf. Sondern worum es mir jetzt geht, ist eben um die Tiefe. Ich will wirklich einfach extrem gute Arbeit machen. Wisst ihr, ich nehme zum Beispiel mittler... Früher habe ich mir meine Tage immer vollgepackt mit 100.000 To-Dos. Weil ich dachte, je mehr ich davon machen würde, desto produktiver wäre ich. Mittlerweile setze ich mir gar keine To-Do-Listen mehr. Sondern ich habe einfach nur einen ganz klaren Plan, was ich tun möchte. Und gehe einfach nur jeden Tag Schritt für Schritt vor. Und auch ohne Druck. Ich nehme mir mittlerweile so viel mehr Zeit für mich selbst. Ihr merkt das, glaube ich, auch an den Videos, die aktuell ist gerade zum Beispiel in dieser und in der nächsten Woche und so weiter kommen. Oder auch in den zwei Wochen gekommen sind. Die sind teils einfach mit viel mehr Gefühl. Da geht es nicht mehr darum, wie schreibt sie die beste Note. Weil das ist gar nicht so schwierig, ja. Und da habe ich schon so viele Videos jetzt gemacht. Da weiß ich ganz genau, wie es funktioniert. Und da werde ich euch natürlich auch weiterhelfen. Nur möchte ich jetzt noch dazu einfach auch noch viel mehr diese Gefühle mit reinbringen. Ja, ich will einfach, dass ihr nicht nur euren Traumschnitt erreicht. Ich will, dass ihr in dem Prozess ein gutes Gefühl habt. Weil ich kann mittlerweile ganz ehrlich sagen, wenn ich hier sitze und dieses Video drehe, ich bin tief erfüllt. Noch nicht mal, weil ich euch damit helfe, sondern einfach, das kommt natürlich dann noch oben drauf, aber primär dadurch, weil ich in mir selbst weiß, ich mache einfach gute Arbeit. Und damit meine ich nicht, dass ich, weil die Arbeit gut ist, mehr wert bin oder mich irgendwie bestätige oder so. Sondern vielmehr, dass ich sagen kann, ich mache das aus mir selbst heraus. Ich mache dieses Video nicht gerade, weil ich gesagt habe, oh shit, ich muss bis da und da noch so und so Videos aufnehmen und so weiter. Oder auch nicht, boah, weil dann gucken jetzt die Leute, kriegen wir mehr Views. Sondern einfach nur, das ist das, was ich mache. Und wenn ich das mache, dann möchte ich das so gut wie möglich machen. Und genau dieses Gefühl möchte ich aktuell einfach möglichst stark ausleben. Deswegen wird auch weiter viel, deswegen ist auch zum Beispiel mein Ziel mit dem Traumabitur-Coaching, ich möchte da einfach eine Möglichkeit schaffen, wo jeder Oberstufenschüler, und das kann man natürlich nur Schritt für Schritt machen, das heißt auch das wird ein langer Prozess sein, wenn einfach jeder Oberstufenschüler in ein System reinkommt, was dann garantiert für ihn funktioniert und ihn zu seinem Traumabitur bringt. Und Traumabitur bedeutet für mich eben, erstens deinen Zielschnitt zu erreichen, und zwar garantiert, ja, das ist möglich, daran, das haben wir schon bei vielen Coaching-Talimenten jemandem bewiesen, aber ich möchte das auch vor allem noch stärker und weiter und tiefer ausbauen. Und zweitens aber vor allem auch, wirklich, 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 dass man ein tiefes, schönes Gefühl dabei hat. Dass man es wirklich für sich selbst macht, dass man wirklich an sich glaubt und auch einfach Spaß daran hat. Ja, Spaß daran hat sich weiterzuentwickeln. Und eben nicht mehr das Gefühl zu haben, ich muss das, sonst bin ich nichts wert oder ähnliche Dinge, sondern wirklich tief aus sich selbst heraus. Und das ist auch der Grund, warum ich dieses Video aufgenommen habe, weil mir das einfach extrem wichtig ist, dass ihr das versteht, dass ihr euch da emotional auch mit mir connecten könnt. Und deswegen abschließend, was bedeutet das konkret? Ich werde einfach extrem stark in die Tiefe gehen. Es wird alles genauso weitergehen. Wir werden das Traumabitur-Coaching noch tiefer, noch intensiver, noch exzellenter für euch machen. Der YouTube-Kanal wird natürlich ganz normal so weiterlaufen und vor allem in zwei bis drei Monaten, weil wie gesagt, aktuell müssen wir auch am Coaching-Programm noch viel, viel intensiv machen. Aber gerade in zwei bis drei Monaten wird der YouTube-Kanal auch nochmal auf einem ganz anderen Level sein. Und ich will einfach nur, dass ihr wisst, dass ihr mir wichtig seid und dass es mir auch ein wenig leicht tut, dass in den letzten Monaten das ein bisschen ich habe schleifen lassen. Und ich kann euch nicht versprechen, wie es in den nächsten Wochen und Monaten aussieht, aber vor allem in zwei bis drei Monaten ich da einfach wieder noch einen viel besseren Job machen möchte und auch jetzt schon. Und das war mir einfach wichtig zu sagen. Deswegen schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde mich sehr gerne vor allem bezüglich diesem Video mit euch austauschen. und ja, deswegen, ich freue mich auf die nächste Zeit mit euch. Mir bedeutet das wirklich extrem viel, weil es mir einfach, es gibt mir extrem starken Sinn, es ist einfach schön, diesen Weg zu gehen und auch so viele von euch in so einer wichtigen Sache auch in eurem Leben zu unterstützen. Und genau, deswegen schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich freue mich, von euch zu hören. Und ansonsten denkt dran, ich glaube an dich. Wir beisehren uns im nächsten Video. Dein Leo. 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 Dein Leo.